Hey ihr Picke, heute erzähle ich euch mal die Wahrheit, denn ich bin gar kein Penner von der Straße. April, April. Sinn bin. Vertun's. Aber dadurch, dass ich den Start mit Hartz IV ETC abzocke, bin ich nun mal ein Sozialschmarotzer. True. Was? Das stimmt doch gar nicht. April, April. Ihr könnt mich alle mal. True. Äh, ups, ich hab euch lieb. April, April. Kann es sein, dass ihr mit dem April, April einfach nur zwischen Wahrheit und Lüge unterschieden wird? True. Na, dann fangen wir mal an. Meine Abonnenten sind die besten. April, April. Die allerbesten. April, April. Die absoluten Picker. True. Und ich der Oberpicker. True. Corona ist nur Fake. April, April. Und ich habe Unmengen Toilettenpapier. True. Weil ich kein Klopapier nutze. True. Sondern direkt am Bidet mit Wasser wasche. April, April. Meine Hände nutze. True. Und mir danach die Hände wasche. April, April. Aber desinfiziere. April, April. An der Hose abputze. April, April. Gar nicht säubere. April, April. Das stimmt doch gar nicht. April, April. Wenn ein sauberer Penner. April, April. Der auf Hygiene achtet. April, April. Der Hygiene ein Begriff ist. April, April. Der auf Hygiene bei anderen Menschen achtet. True. Haha, Hauptsache irgendwo Hygiene achten oder beachten. True. Aber nicht auf meinem Kopf. True. Weil ich meine Haare mal wieder färben muss. April, April. Schneiden muss. April, April. Weil es nicht meine Haare sind. April, April. Das sind meine Haare. April, April. Der Penner der eben das Skript schreibt trägt eine Elsa und Anna Kappe auf der Lovewish draufsteht. Ähm, leider True. Haha, du Opfer. True. Ich bin der beste YouTuber. Ist er der beste YouTuber in ganz España?